Bernhard, hast du gehört? Flatex führt Depotgebühren ein. Was machst du jetzt? Diese und ähnliche Kommentare bekomme ich in den letzten Tagen sehr, sehr häufig. Und in diesem Video möchte ich jetzt speziell nur auf das Thema Depotgebühren bei Flatex. Wird es sie geben? In Österreich auch, nur in Deutschland. Was wird da kommen und wie reagiere ich? Was ist meine Strategie daraufhin genauer eingehen? In einem zweiten Video habe ich schon das gesamte System versucht, meine Gesamtstrategie darzulegen, dass man auch das dahinter versteht. Jetzt soll es wirklich nur um das Thema Depotgebühr bei Flatex gehen. Und da muss man allgemein mal als erstes sagen, wie reagiere ich? Was machst du jetzt? Lassen wir mal wie immer bei allem in meinem Businessbereich die Kirche im Dorf und schauen, was passiert. Wir müssen sagen, erstens mal, wir sind mit Flatex noch immer um Welten billiger dran, als mit einer traditionellen Hausbank oder mit Privatbank und vielen anderen Dingen oder gar Fonds, wie manche Leute höhere Gebühren, weit höhere Gebühren als 0,1% auf den Depotwert pro Jahr bezahlen. Wir sind hier noch immer so im Vergleich, sage ich mal, bei vielen, vielen günstig. Natürlich ist es nicht schön für gebührenbewusste Leute, wie ich es bin, diese Gebühr zu bezahlen. Zugleich muss ich wieder als Aktionär sagen, ist natürlich jede Gebühr auch wiederum ein Einkommen für mich, weil ich auch Flatex wie auch Swissquote zum Beispiel Aktionär bin. Trotzdem sollte man, glaube ich, wissen, dass die Depotgebühr in meinen Augen nicht das Problem bei Flatex ist, sondern vielmehr eigentlich die Dividendengebühr auf Titel, die nicht in Österreich oder Deutschland sind. Also das heißt, auf AT und DE Titel, die gelten jeweils als inländische Titel, zahle ich auch über 15 Euro keine Gebühr auf Dividendenzahlungen, aber auf alle anderen Titel zahle ich ab 15 Euro Dividende eine Gebühr von 5,90 Euro pro Dividendenzahlung. Und wenn man sich das jetzt überlegt, bei mir bei hunderten Titeln, selbst wenn ich nur 100 Titel habe, dann sind das bereits, wenn ich jetzt nur einmal im Jahr eine Dividendenzahlung über 15 Euro bekomme, 590 Euro, die steuere ich aus österreichischer Sicht zumindest nicht gelten machen kann. Und daher, sage ich mal, ist das vielmehr das Problem. Und es bestätigt mich, diese Depotgebühr, die kommt eigentlich wirklich wieder mal, genauso wie die Frage mit der Börseequivalenz, dass ich einfach sagen muss, in meiner Strategie, die ich seit Jahren entwickelt habe, und das, ja, ich muss einfach sagen. Und im Endeffekt bin ich schon seit Jahren dabei, wegen der Dividendengebühr, alle internationalen Titel auf mein Konto, beziehungsweise auf mein Depot in der Schweiz zu übertragen, wo ich dann auch die Währungskonten habe, außerhalb der EU, was auch ein Sicherheitsgedanke bei mir ist, und sozusagen die Dividenden vor allem in der jeweiligen Währung ausbezahlt bekomme, dass auch allein dieser Spread und etwa gesonsten Gebühren, weil der Spread wird nämlich oft übersehen, wenn ich jetzt eine Dividende zum Beispiel von einem US-Titel in Euro ausbezahlt bekomme, wäre immer sozusagen ein Wechselkurs und einen Spread dazwischen. Und wenn ich dann wieder in den US reinvestiere, habe ich nochmal einen Wechselkurs, sozusagen Wechselkursgebühren dazwischen, Kosten dazwischen. Deshalb ist es mir sehr wichtig, das jeweils in der Währung zu lassen und bestätigt meine Strategie in diesem Zusammenhang. Trotzdem muss ich ganz klar sagen, für mich, vor allem aus österreichischer Sicht, ist Flatex unumgänglich in meinen Augen. Nach wie vor, und ich werde weiter auch trotz der Depotgebühr ihn behalten. Was sind Alternativen? Datat Bank, Hello Bank etc., wenn man jetzt von den sowieso viel teureren traditionellen Hausbanken hier jetzt mal weg sieht. Und sozusagen in den Brokerage-Bereich, bei den Professionellen, die auch meistens viel besser umgehen können und mit allem hineinschaut. Dazu kommt aber, dass Flatex für mich nicht nur der günstigste ist, wenn man sich Hello Bank anschaut, 5,95 pro, sowieso pro Position Mindestkosten. Das ist also die Depotgebühr viel höher bei den anderen in der Regel, oder die Gebühren insgesamt, wenn man auch die Ordergebühren und so weiter berücksichtigt, als bei Flatex. Flatex ist in Österreich, selbst wenn sie die 0,1% einführen, noch immer der günstigste. Ich muss da dazusagen, Momentan ist es ja nur für DE und nicht für AT, wo diese Gebühr vorgesehen ist. Heute ist der 31.12.2019, wo ich das Video aufnehme. Aber nachdem die Gebührenstruktur bis dato, muss man sagen, immer eigentlich mehr oder weniger parallel gelaufen ist, in Österreich und Deutschland die gesamte Verwaltung, selbst die Hotline, die an eine Stelle immer gelaufen ist, nehme ich an, dass wahrscheinlich Österreich sehr bald nachziehen wird, weil bis jetzt war die Gebührenstruktur praktisch, kann man sagen, ident, bis auf ein paar kleine Unterschiede, zum Beispiel, dass wir in Österreich eben, wenn wir einen Wertpapierübertrag machen in ein anderes Konto, eine Gebühr haben. In Deutschland ist die verboten, deshalb gibt es die dort nicht. Zumindest so ist mein Wissensstand, bitte immer alles ohne Gewehr, sondern für Austausch, damit wir gegenseitig lernen können. Aber im Endeffekt ist das parallel laufend, also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Gebühr vielleicht auch in Österreich kommt. Meine Antwort auf eure Kommentare, trotzdem würde ich also hier dann mein Depot weiterhin behalten und selbst würde ich auch weiterhin DE- und AT-Titel definitiv bei Flattex kaufen und nicht bei Swissquote. Das heißt, vor allem, ich möchte sowieso Minimum zwei Depots haben, um auch das Risiko zwischen Depots ja zu streuen, aber mehr dazu in meinem Video, das ich euch auch in der Beschreibung unten verlinke, wo ich die Gesamtstrategie über mein globales Investment als Privatanleger so ein bisschen versucht habe anzureißen. Warum ist aber Flattex, glaube ich, überhaupt auch unumgänglich, sozusagen aus österreichischer Sicht? Erstens einmal, vielleicht auch zurückliegend, das ist für mich jetzt nicht wichtig, aber vielleicht für manche Anfänger, Flattex führt sämtliche Steuern selbst ab. Das heißt, da braucht man dann sich nicht am Jahresende, wie bei einem Depot, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Depot bei einer deutschen Broker aufmachen würde, bei einer holländischen, da muss ich aus österreichischer Steuersitz in der Regel mich dann selbst um die Versteuerung kümmern. Am Ende des Jahres wäre jetzt in meinem Fall egal, aufgrund meines Gesamtbusiness von Firma bis hin zu Landingbusiness, bis hin zu Depot in der Schweiz etc. Bei mir macht das alles der Steuerberater, aber ich verstehe, dass gerade Leute, die anfangen und sagen, das tue ich mir nicht an, dann ist Flattex gerade aus österreichischer Sicht unumgängig, weil wenn ich einen anderen Broker, also in Österreich sowieso meiner Meinung nach der günstigste und professionellste, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland oder wo aufmache, dann müsste ich mich um die, kann ich schon machen, ich kann in der gesamten Urnregel aufmachen, wenn der Broker das macht, anbietet sozusagen auch für Ausländer, aber ich habe dann die Frage mit der Versteuerung. Der Punkt aber, was mir an Flattex hier noch immer so gefällt, das sage ich nicht, weil ich jetzt Aktionär bin, gut, ich meine, klar, für mich ist auch eine Rolle, dass ich jeweils hier und hier, genauso wie beim Landingbusiness, dann sozusagen die Menschen dahinter kenne, was mir auch wichtig ist und das Gesamte so ein bisschen durchleuchtet habe, bis hin zum Headquarter, aber es geht mir hier darum, die haben einen großen Vorteil. Sie sind einer der ganz wenigen, wo ich diese Konstellation erreicht habe, dass wir sowohl die Eindatungen für österreichische Hauptversammlungen bekommen, als auch die Eindatung vom Aktienregister bei deutschen Namensaktienreichen, das heißt also bei den österreichischen Brokern kriege ich zwar in der Regel die österreichischen, wobei selbst das teilweise nicht funktioniert, bei den deutschen Brokern dann nur die in Deutschland, was aber für mich als Österreicher, als Wiener, wo ich ja auch hier rundherum viele, viele Hauptversammlungen natürlich vor Ort besuche, genauso wie in ganz Europa und in Deutschland, ist es für mich wichtig, dass ich einen habe, der sozusagen sowohl Deutschland, Schweiz, die Schweiz ist natürlich mit dem dann abgedeckt und global, also auch Österreich abgedeckt und wenn ich jetzt in der Schweiz nur das Konto hätte, dann hätte ich keine Einladungen wiederum für Österreich und für Deutschland und keine einfache Eindatung in Deutschland. Das funktioniert bei Flatex alles automatisiert. Ich bekomme die Eindatung von den Namensaktien in Deutschland, ich kann daher mal sowieso die Namensaktien, bekomme ich alle Einladungen, ich kann aber auch anfordern für jede, was sehr selten ist, aber es gibt ja auch Aktien in Deutschland, wo Inhaberaktien sind, habe ich auch ein Video mal darüber gedreht übrigens, kann ich auch die Eintrittskarten mit der Depotbestätigung anfordern, ich bekomme aber eben für alle, auch noch so kleine Aktiengesellschaften, die ich im Depot liegen habe in Österreich, die Einladung, was mir persönlich sehr wichtig ist, warum ich so gerne zu Hauptversammlungen gehe, das habe ich schon wegen des Austauschs und so weiter in vielen anderen Videos dargelegt, aber das ist der Grund, warum für mich eigentlich meinen Augen, und wir können uns gerne dazu austauschen, aber es hat bis jetzt bei jedem Austausch auch darauf herausgeführt, zum Beispiel Flatex nach wie vor die Nummer 1 sein wird, egal ob die Depotgebühr kommt oder nicht, aus Sicht für österreichische und deutsche Titel, währenddessen global, ich froh wäre, wenn ich nicht am Anfang in Flatex gehofft hätte, sondern von Haus aus gleich da reingegangen ist, weil jetzt natürlich die Übertragung von manchen Titeln, die ich schon lange mit vielen Gewinnern drinnen habe, etwas mühsam ist wegen der Kursgewinne, die ich versteuern müsste, und die Übertragung, das funktioniert halt immer so, erstens mal zahle ich pro Titel, da ist es billiger, wenn ich hier um 95 verkaufe, hier kaufe ich aufgrund des Trading Credits, den ich in der Regel habe, praktisch kostenlos in der Schweiz, das heißt, es ist für mich natürlich billiger zu verkaufen und einkaufen, das habe ich bei vielen Titeln gemacht, wo ich Verluste und Gewinne ein bisschen ausgleichen konnte, dass ich nicht zu hohe Steuern zahle, aber ich kann das nicht machen, bei denen, die jetzt Microsoft, Apple, Amazon usw. teilweise über 100% im Plus sind, da habe ich natürlich ein Problem, weil das dann einfach so sagen, wenn ich jetzt hier die Steuer realisiere beim Verkauf, dann müsste ich hier sozusagen nach Steuer wieder reinvestieren, was im Compounding natürlich nicht schön ist, da muss ich mir noch was überlegen, oder ich lasse die vielleicht halt trotzdem weiter in den Flatex, es ist ja auch tragbar, es ist noch immer viel billiger als andere Broker in Österreich zum Beispiel, oder die Variante über Privatbanken, Hausbanken etc. Ja, das ist vielleicht meine Antwort auf, was machst du mit der Depotgebühr, einfach Strategie weiterfahren, ich bestätige, fülle ein weiteres Mal, so wie bei der Börsenäquivalenzfrage, den Schweizer Titel jetzt mit einem Nicht-Schweizer Broker zu kaufen, ist in der Regel relativ teuer, ja natürlich kann ich außerbörslich kaufen, aber dann habe ich in der Regel die Liquidität nicht, und außerdem möchte ich ja in Franken den Titel führen, außerdem möchte ich in Franken meine Dividende bekommen, ohne Wechselkurs, und außerdem möchte ich in Franken gleich diese Dividende, wenn ich sie brauche, beziehen können, und außerdem möchte ich das eingetragen haben, ins Aktienregister in der Schweiz, und außerdem möchte ich auch dort zur Generalversammlung gehen können, das ist für mich diese Variante eindeutig derzeit, die, die ich halt jetzt mal für mich entdeckt habe. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video, parallel zu dem Video, wo ich versucht habe, gesamt mein Konzept und meine Asset Location ein bisschen anzureißen, das halbwegs rüberbringen, ist sehr schwierig, das für mich jetzt gerade so vor der Kamera zu erläutern, das ist mit Gegenfragen im Gespräch, finde ich fast einfacher, aber ihr redet halt nicht zurück in der Kamera, wenn ich das aufnehme, ne? Im Live-Talk hat das ganz gut funktioniert mit Gegenfragen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles weit angesprochen, geht natürlich auch um die Sache, dass ich sagen muss, für DE und AT der Zugang zu den Börsen ist ja mit Flattex viel günstiger, mit den Ordergebühren und auch die Börsen, währenddessen ich hier aus der Schweiz ja wiederum teurer in DE und AT kaufen würde, dafür ist Flattex in meinen Augen gut geeignet, insbesondere aus österreichischer Sicht, wenn ich die Hauptversammlung für österreichische Aktiengesellschaften bekommen möchte. Natürlich wäre mein Traum, dass es einen Broker gibt, der global die Aktien problemlos einträgt, global die Namensaktien global, mir Einladungen zur Hauptversammlung, egal ob in Japan, in den USA oder in Europa irgendwo, oder in Monaco oder in Frankreich oder sonst wo in Europa, schickt, aber davon traue ich mich halt noch. Wobei Swissquote, habe ich auch mit dem Management mehrfach gesprochen, arbeiten an einer weltweiten Lösung für die Aktionäre, da sind sehr viele Vermögende auch übrigens drinnen. Also vielleicht kommen wir dann auch weiter, die haben ja viel im Development in Wahrheit derzeit in der Pipeline, aber mehr dazu auch im anderen Video, wo ich darauf schon ein bisschen eingegangen bin. Und ich muss nochmal sagen, man könnte das alles noch viel weiter ausführen und für mich ist momentan die Schwierigkeit, was ist zu viel, weil das Video dann jeweils zu lange wird und dann uninteressant wird und was wäre noch interessant. Aber vielleicht tauschen wir uns über die Kommentare auch weiter dazu aus. Wie gesagt, auch das mal ein Video, das eher weniger über P2P geht, sondern auf diese Frage eingeht. Und im Frühjahr, wenn die Hauptversammlungssaison wieder losgeht, dann freue ich mich schon auf den Austausch, nicht nur online, der natürlich auch mega ist, sondern wo ich viele von euch auch wieder bei den Generalversammlungen in der Schweiz, bei den Hauptversammlungen in Deutschland, in Österreich, bis hin, ich möchte es auch wieder zur SPM nach Monaco schaffen, vielleicht schaffen wir es in der Community sogar, uns dann auch vor Ort persönlich treffen werden und austauschen werden. Und das ist einfach wirklich unheimlich lehrreich. Ich höre mal jetzt auf zu quatschen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wenn ihr ihn abonniert und weiterempfehlt, damit ich da weiter reinwachsen kann mit euch gemeinsam in eine tolle Zukunft, in ein tolles Jahr 2020, aber auch weitere tolle Jahre. Und wir da sozusagen gegenseitig uns auch helfen können. Und ja, abonnieren und Glocke drücken, damit ihr kein Video versäumt, bitte, weil sonst wird man nicht informiert. Und außerdem, Daumen hoch, würde mich motivieren, Daumen runter weniger, sagt mir, was ich besser machen kann. Alles Liebe, alles Gute. Alles in die Kommentare, den Austausch, Gedanken, etc. Fragen und so weiter. Tschüss, euer Bernhard. Tschüss. 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 Vielen Dank.